Hallo meine lieben Kinder! Üben wir die Wörter zusammen. Was ist das? Das ist die Garage. Was ist das? Das ist das Auto. Was ist das? Das ist der Garten. Was ist das? Das ist die Toilette. Was ist das? Das ist der Schonstein. Was ist das? Das ist das Dach. Was ist das? Das ist die Antenne. Was ist das? Das ist die Zimmerpflanze. Was ist das? Das ist das Fenster. Was ist das? Was ist das? Das ist die Tür. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist der Keller. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist das Zimmer. Was ist das? Das ist das Wohnzimmer. Was ist das? Das ist das Schlafzimmer. Was ist das? Das ist das Kinderzimmer. Was ist das? Das ist das Badezimmer. Was ist das? Das ist die Küche. Was ist das? Das ist das Schlafzimmer. Danke schön. Das war's für heute. Tschüss. Tschüss. Tschüss.